oh du hast drei von denen was drei von denen blauen ja genau wohl gut war schöner loot der sonnenuntergang und hier bedrohliche musik ja ich glaube dass ein captain immer ganz links also ja ich weiß warum wir haben noch eine quest mit captain auf katlis k ach so okay deswegen was soll ich habe hier noch mega leuren fleisch nachtskletter oder ist eine galli neben uns im süden und ich bin fast heute ich bin fast heute ich bin fast dort ich bin fast dort ich bin fast tot habe schon gesagt dass ich fast tot bin du bist fast tot ja ich weiß nicht woher du es weißt ich habe für sowas einen siebten sinn so jetzt hat schon aus dem posten glaube ich rohren ich bin übrigens schon ziemlich hart am kämpfen hier momentan bin ich noch komplett mit einem chillen modus sagt er und ist fast tot und hat auch kein essen mehr dabei ich bin tot nein ich bin wirklich blieb dich wieder ich bin zuwinken ja luft hinfächern ja passt das schon und die also sind sie oh wir brauchen keine heilung Mist Käpt'n ist schon da und mein heilung Oh, ist das fertig. Aber es gibt ja noch einen zweiten Captain hier. Glaube ich. Ja, zwei. So. Huh. Vielleicht gucken wir eben, was die Gully macht. Gully ist nicht mehr an der Seite, wo sie war. Oh, oh. Ui. Okay. Okay, ich muss es mal ein bisschen beobachten. Eventuell kommt die Gully hinter dem Stein hervor im Südosten. Aber ich sehe jetzt gerade gar nichts. Oh. So. Du musst sie anleuchten. Ich weiß, aber da war ein Pulverfass. Ach so. Ich bin tot. Nee. Oh. Versuch mal. Ah, es geht nicht. Scheiße, ich muss weg. Ich biete mich an. Ja. Tätig an. Und wo kommt man jetzt das Feuer her? Na, stimmt. Es funktioniert ja nicht, wenn man... durch die Strider gestorben ist. Mal gucken, was die X macht, was die Kali macht, ok, ist nicht da, so gleich wieder da, ein Holzbrett, hey, ja, ich glaube schon, das habe ich genommen, auch noch keine Gali zu sehen, na gut, das ist Spaß, ja, was ist das, die Wurfgegenstände, ja, der letzte Captain ist übrigens hier, ja, Robin, ah, ok, ich wollte gerade die Brandromel abschmeißen, die ist ein bisschen warm, oder, ja, ein bisschen, goldener Seefahrer, geil, ich bin 49, nur noch ein Level, nice, ok, ancient spy, sicher, sie fahren weiter zum Schiffsraid, ja, ok, danke, wollen wir dann mitmachen, haben wir nicht nur hier eine Schatzquest, ja, stimmt auch wieder, nein, nicht mehr, nicht gefunden, aber trotzdem, es kommt raus, so, boah, nur einige, ja, Skelete mögen uns, ist doch hier ungefähr, alter, wo hast du jetzt die, die ich, wo ist schneller, hast du mir vom leib danke ja ich versuch es sind einige ich wollte auch eine finden sind ja nur captains chest oder ja es sind nur captains chest wegen der legendären quest wegen dieser botschafter quest machen den auch nur um im botschafterlevel zu steigen müssen nur noch die legendäre ausraben wollen dann mal profit ja genau also ich würde dann auch gleich nachdem dass wir fertig sind bei rapier bay wird dann langsam los wollen dann reicht es mir glaube ich für heute also nicht komplett fertig na das schaffe ich nicht machen es dauert mir noch zu lange aber so ist es ja schon gute ausbeute ja vielleicht schaffe ich es immer noch mit diesen ganzen dingen auf 50 bezweifelst zwar aber ich habe zu wenig leben ich habe zu wenig leben also das alles schon cool dann hustet mich an dann können wir noch gleich die um noch gleich die mermit machen aber zuerst brach erst einmal was zu messen ja die ist echt weg zieh die nicht mehr komisch die sollte ich noch da echt wo ist die die ist links irgendwo weil die waren mich vorher hinter der insel links aber ich habe sie seitdem nicht mehr gesehen dieses level wird wohl pro login verändert oder äh wie level pro login das ist botschafter das verändert sich halt äh wenn du halt mehr Schatz äh ja ja aber wenn ich mich jetzt ausloggen würde ja äh dann fange ich wieder bei null an oder ne dieses dieses botschafter level das bleibt dir bis die sieben tage abgelaufen sind dann fangts wieder vorbei an also im moment da vorne ist es jetzt sind wir ja seervorter ich brauche jetzt erstmal Futter ja genau das ist mir eben weg können wir gleich noch die rote mermit machen wenn es dich fertig äh aus äh supply hast ausgerüstet hast so Gali ist nirgendwo okay pass okay dann feuere du gleich mal drauf ich hau dann drauf dann aus ja komm her zum kämpfen dann geh ich weg ich komm mal drauf weil ich glaube das wirkt ein bisschen mehr naja die platzt gleich jawohl das war's die platzt jetzt sehr schön so dann haben wir das auch geschafft dann hätten wir jetzt bloß noch auf dem weg die was ist denn das eine da können wir nämlich noch Parada Spring machen und dann den Plan da abgeben ja so das sind fünf auf der ja genau noch einen Kurs bitte na osten oder äh nachwesten nachher da vorne ist ja schon bei der Legendenquest äh die jetzt im Moment der Rowan und seinem Bluter macht der Wallis ähm da ist übrigens so kriegst du halt zum schluss eine Legendentruhe und die ist halt sehr viel wert das was du auf dem Weg dahin bekommst das wir zum Beispiel jetzt machen diese diese ganzen äh Schatztruhen die wir hier jetzt im Moment machen die sind bei der Legendenquest nicht so also die werfen kaum Profit ab weil wir haben jetzt bei jeder äh bei jeder äh bei jeder äh einzelnen Schatzkarte haben wir immer mitten und mindestens die Captainschest wird schon gut was wert bei den Legendentruhen ist halt so ja nur die letzte bringt halt echt viel Profit und auch sehr viel Ruhm aber auch bei den ähm bei den Goldhordern wenn du da alle durchhörst diese letzten drei Schatzkarten die wir jetzt im Moment haben wenn die durch sind dann bekommst du noch eine Abschlussquest und die ist dann auch ich weiß nicht genau was du bekommst auf jeden Fall auch etwas lukrativer als die anderen Geld ja wächst mehr Gold als sonst ich glaub die Warnwitzung du weißt wie holt und sowas gemäßt hat und das ist schon wieder ne krass rote nicht schlecht keine Munition wie sie einfach durch mich durchschießt schon geplatzt ich glaub es zackt ich sag mal die unteren du holst die im Norden ja die hier oder? klingt fair man hört die sind du nicht mehr ja ja genau das war schon oft gefallen das wohl irgendeine Bug nie ich du ich n du 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 w So ganz im Süden ist noch eine, im Norden, achso ja stimmt und dann nochmal die rote Und dann abgeben und dann behalte ich das schon von meiner schwester das so Ja genau So für Captain's chest Oh yeah Magst du noch die, also du bist kommentiert, dass noch einen totenkopf hier Der kommt tot den kopf, lass den totenkopf sein, das ist gar nicht wert Das ist ja nur ein totenkopf, ich habe die Karte gefunden Eine Kiste Kanonenkugeln Bis zum Plunder Eine Kiste Kanonenkugeln bis zum Plunder Outpost Achso, achso Das war eine Kiste Kanonenkugeln hier Ja genau Auf jeden Fall hier Ist auch nicht voll, aber wir können die so aus und leicht voll machen Und wir gehen ja eh zum Plunder Ja genau Ich will mich auch liefern Ich mach die mal ganz kurz voll, ne Ja Ja Willst du dann mit mir gleich die rote machen? Gib den Mermit Yes Gib nur eine Sekunde Mhm Achso Schießt schon drauf Ja, aber ich wollte mir gar nicht mal eine Position holen Mhm Kommt, das ist ja das scheiß Skelett Noch eins Alter, ah, die scheiß Skelette Das scheiß Skelette Jetzt hat er Voll, Ball losgerät Okay. Gut, dann haben wir es.